Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie heute hier und jetzt zu diesem Webinar zur CLL, dem Titel Innovative Therapien in der CLL, Leben in der Praxis, willkommen heißen zu dürfen. Es ist mir eine besondere Freude, als einziger Nicht-Tiroler hier in meiner Anorak-Weste Sie begrüßen zu dürfen mit wunderbaren Sprechern wie Ella Willenbacher, die über die Frontline-Therapie der CLL 2024 sprechen wird und auch Wolfgang Willenbacher, der dann das Rezidiv in Angriff nehmen wird, die relabierte CLL und deren Therapie im Jahr 2024 und wir runden diesen Vortragsreigen ab mit dem Jan Paul Bohn, der über die wirklichen Immovationen sprechen kann und ein bisschen in die Zukunft blicken wird, wie wird die Therapie der CLL im Jahr 2030 aussehen. Und damit will ich Sie auch nicht länger vom ersten Vortrag trennen und ich darf jetzt die Ella bitten, über die Frontline-Therapie der CLL im Jahr 2024 zu sprechen. Ella, bitte. Lieber, vielen, vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ich möchte Ihnen heute über die Erstlinien-Therapie sprechen und beginnen möchte ich mit diesem Slide. Wie Sie alle wissen, dass die prognostische Marker spielen letzte Zeit bei chronischer lymphatischer Leukämie eine enorme Rolle. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass die Erkrankung wirklich heterogen ist. Wir wissen, dass die manchen Patienten, obwohl sie in früheren Stadien sind, zum Beispiel BINET-A, trotzdem Therapie brauchen, wenn die Erkrankung eine sogenannte aktive Phase hat. Wir wissen, dass die sogenannte Biomarker wie IGHV-Mutationsstatus, wie die zytogenetische Veränderungen wie die B53-Mutation, die Lezons 17 oder gar komplexe Karriertüte eine enorme Rolle für Prognose und für Outcome für solche Patienten kommen. Wenn man das Ganze zusammen nochmal tut, dann wird es nicht langweilig bei dieser Erkrankung. Wir haben dann wirklich viel zu tun. Die prognostische Index bei CLL wird nach CLL-IPI prognostische Score sozusagen berechnet. Die zytogenetische Veränderungen ernten meistens Punkte, also TP53 oder die Lezons 17P mit vier Punkten, wie Sie wissen, IGHV-Mutation, unmutiert zwei Punkte. Je mehr Erkrankung fortgeschritten ist, wird zwei Mikroglobulin über 3,5 Milligramm pro Liter. Zwei Punkte, klinisches Stadium, hier steht BINET-B und C. Aber wie ich schon sagte, wenn der Patient selbst in BINET-A-Stadium aktive Form sozusagen vorweist, dann ist das auch ein Punkt und das Alter des Patienten spielt eine Rolle. Warum ist es wichtig, diese prognostische Index? Weil das Ganze widerspiegelt sich, was das allgemeine Überleben angeht, so wie die Zeit zur ersten Therapie in prognostischer Outcome. Sie sehen, je mehr die Patientenpunkte erreichen mit dieser grünen Linie, desto schlechter laufen sie, was das Gesamtüberleben angeht. Welche Möglichkeiten heutzutage stehen uns? Mit welchen Tools arbeiten wir bei Patienten mit chronisch-lymphatischer Leukämie? Zurzeit stehen uns viele Möglichkeiten. Als ich noch angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten in der Hämatologie, haben wir nur ausschließlich mit der Chemotherapie gearbeitet, mit der Rituximab und FC, also Fluidarabin und Zyklophosphamid. Bei jüngeren, fiten Patienten, FCR-Schema, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Bei älteren Patienten war das Chlorambozil oder später dann DR-Bendamustin. Heutzutage stehen uns ganze Fülle von den Medikamenten. Das sind die Nicht-Chemotherapeutika. Meistens sind das Spezialrezeptor, Plea, so wie die Brutontheresinkinase-Inhibitor. Mittlerweile kennen wir kovalente Gruppen, Ibrutinib, Akalobrutinib, Zanobrutinib, die bereits in Erstlinie-Therapie zugelassen sind. Nicht-Kovalente, Pirtobrutinib, Nemtabrutinib, über die werde ich heute nicht sprechen, weil diese noch nicht in Erstlinie zugelassen sind. PIS-Rikenase, da würde ich auch kein Wort verlieren, weil die weniger an Bedeutung genommen haben. Und die BCL-2-Inhibitoren wie Venetoklas, die dann therapeutisch die Zelle in Apoptose bringen. Wenn man mit der Therapie beginnt, wir haben unsere Richtlinie, wie Sie alle wissen, wir können nicht einfach so krank und muss aktiv sein, es sollen die Beschwerden da sein, die Lymphazitenverdoppelung sei, innerhalb von sechs Monaten Stand finden und so weiter und so fort, muss man sich genau überlegen, wie wir Patienten mit welchen Substanzen therapieren. In dieser Situation wichtig ist, zu anschauen, welches Patienten spezifische Faktoren existieren. Hat der Patienten zum Beispiel Nebendiagnosen? Welche Medikamente nimmt er? Sind die Medikamente zum Beispiel, gibt es da schon Antikogulantien? Hat er erhöhter Blutdruck? Hat er die Vorhofflimmern? Gibt es Interaktionen unter diesen Medikamenten? Dann muss man anschauen, erkrankungsspezifische Faktoren, welche zytogenetische Veränderungen vorliegen. Zurzeit konzentrieren sich die CLL-Spezialisten auf drei zytogenetische Veränderungen, Dillation 17b, Mutation TP53 und komplexer Karyotyp. HDPCN-Balky Disease ist der Pancytopin. Der dritte wichtige Faktor, es ist ein regimespezifischer Faktor, sogenannte, werden wir den Patienten, oder wollen wir den Patienten kontinuierlich bis zur nächsten Progression behandeln? Oder möchten wir ihn nur für zwölf Monate, beziehungsweise 15 Monate behandeln? Wollen wir den Patienten nur Oraltherapie geben oder kombinieren mit Infusionen? Und dann natürlich, was der Patient selber möchte oder wie er selber Behandlung vorsieht und welche Möglichkeiten gibt es für den Patienten, diese Behandlung zu bekommen. Und beginnen möchte ich mit BTK-Inhibitoren und sogenannten Resonate 2-Studien. Diese Studie hat CLL-Therapie in Erstlinie-Therapie revolutioniert. Ich erinnere Sie noch ein bisschen an diese Studie, die ist schon in der Vergangenheit geraten. Also international, offene, randomisierte, große Phase, drei Studien, wo die älteren Patienten über 65 Jahre, die noch keine Therapie gesehen haben mit Komorbiditäten und nicht davor FCR gesehen haben, keine Dilation 17b, keine Varfarin davor gesehen, in gutem Performance-Status in zwei Armen randomisiert wurden. Ibrutinib bis zur Progression oder inakzeptable Toxizitäten versus Chlorambozil für zwölf Zyklen. Der primäre Entwurf dieser Studie war progressionsfreies Überleben bei Investigator. Und Sie sehen die Resultate, die werden jedes Jahr abgedatet. Und man kann ja sagen, nach sieben Jahren leben fast 80 Prozent Patienten, die Ibrutinib bekommen haben. Und was progressionsfreies Überleben angeht, fast 60 Prozent haben eine PFS-Reich. Und im Vergleich zu 9 Prozent zum Chlorambozil. Das sind die guten Daten. Wenn man die Daten jetzt in sogenannten E19-12-Studien Ibrutinib plus Rituximab mit herkömmlichen konventionellen Chemotherapie vergleicht, zum Beispiel FCR, da sieht man alle, alle Patienten nach fünf Jahren immer mit 68 Prozent, 78 Prozent eine progressionsfreies Überleben vorzeigen. Nicht-Mutierte sind signifikant besser laufen, was die schweren Ketten vergeht mit Ibrutinib plus Rituximab im Vergleich zur herkömmlichen konventionellen Chemotherapie FCR-Schemata. Bei mutierten Status scheint zwar ein Unterschied zu sein, aber nicht doch so signifikant was bei den Hochrisikopatienten. Und noch dazu die FLEA-Studie. Hier sind auch alle Patienten, was die PFS angeht, Ibrutinib plus Rituximab hat die mediane PFS nicht erreicht versus die 66,5 für FCR. Das sind nochmal die Daten von sogenannten Allianz-Studien. Sie sehen auch hier die Patienten, die Ibrutinib plus minus Rituximab, was progressionsfreies Überleben angeht, signifikant besser aussteigen im Vergleich zu Patienten mit Bendamustin und Reduximab. Und jetzt komme ich zu den neuen Substanzen, die sogenannte zweite Generation Zanabrutinib und Akalabrutinib, die bereits ebenfalls in Erstlinientherapie zugelassen sind. Beginnen möchten mit Phase 3, Elevate-Studie. Diese Studie wurde für die Patienten angelegt, die Dilektion 17p Status vorweisen, ECOG Performance Standard 0 bis 1 haben, versus 2, das war die Stratifizierung, und geografische Region-Patienten wurden über 65 Jahren eingeschlossen oder die jüngeren Patienten, die Komorbiditäten von SIRSCO über 6 verweisen, sowie die schlechteren Nierenfunktionen verweisen. Dann wurden alle diese Patienten nach der Stratifikation in drei Armen randomisiert. Im ersten Arm haben die Patienten Akalabrutinib in Kombination mit Obinotuzumab erhalten, zweiter Arm war die Monotherapie und Obinotuzumab plus Chlorambozil galt als die sozusagen Vergleichs Arm. Wenn die Patienten in Obinotuzumab Chlorambozil progredient waren, dann dürfen sie zum Akalabrutinib ins Cross-Oberarm umswitchen. Primärer Endpunkt dieser Studie war ebenfalls die Progressionspreis überleben bei Investigenta und auch hier sehen sie exzellenten Resultate, was die Progressionspreis überleben angeht für alle Patienten. Sie sehen, am meisten haben die Patienten profitiert, Akalobrutinib plus Obinotuzumab bekommen haben. Gefolgt von der Akalobrutinib alleine und ganz schlecht sind die Patienten ausgestiegen, wenn sie Chlorambozil plus Obinotuzumab erhalten haben. Wenn man aber in die Subgruppe Analysen angeht und anschaut, dass die Progressionspreis überleben bei den Patienten die Hochrisiko zytogenetische Merkmale vorweisen, Metilep 17 P und O oder Mutation TP 53, Sie sehen, das macht ja keinen Unterschied zwischen Akalobrutinib Mono oder in Kombination mit Obinotuzumab versus im Vergleich zum ganz, ganz schlechteren Outcome, signifikanten schlechteren Outcome mit Obinotuzumab und Chlorambozil-Patienten. Die nächste Studie, die ich Ihnen unbedingt nochmal zeigen wollte, ist eine sogenannte Sequoia-Studie, die auch unsere Abteilung teilgenommen hat. Das ist die Frontline-Studie, wo die Zanabrutinib versus Pentamustin Trituximab mit den Patienten mit CLL, aber ohne die Lation 17 P eingeschlossen wurden. Ebenfalls ältere Leute, Fiete über 65 Jahre oder jüngere die Komorbiditäten vorweisen. Die Patienten wurden bei Alter, Binitz-Stadium, EGHV-Mutation und geografische Region stratifiziert und dann in Kohorte 1 ohne Dilation 17b eingeschlossen, meistens spontan, 480 Patienten, dann in Arm A, Zanabrutinib alleine versus Arm B, Bindamustin plus Reduximab, dann Kohorte C, 111 Patienten mit Dilation 17b, ich habe mich da da vorne versprochen, entschuldige, noch so, mit Dilation 17b, 111 Patienten in Arm C, Zanabrutinib Monotherapie und Kohorte C mit Dilation 17b oder TP53 Mutation, Zanabrutinib plus Venetoclass. auch hier Primäre Entpunkte Investigate Assessor PFS und auch hier sehen Sie einen signifikanten Vorteil von den Patienten, die Zanabrutinib bekommen haben, was die PFS angeht. Sie sehen bei 42 Monaten 82,4 Prozent Medianis und Medianis PFS war noch nicht erreicht und die Bindamustin und Reduximab lag bei 42 Monaten mit 50 Prozent. Wenn man die Kohorte 2, das sind die Patienten in Dilation 17b vorweisen, Sie sehen, das ist ja gar nicht so schlecht, mit weniger prozentual, knapp 80 Prozent darunter, also das sind die schon ganz gute Daten für diesen Patienten. Wenn man diese Medikamente verschreibt, Alibetika Inhibitore, muss man natürlich auch sie gut auskennen, man muss ja wissen, dass die Patienten können bluten, dass Hämorragien entstehen können, sehen wir auch immer wieder in unserer Praxis, auch, dass die Patienten gut monitorisieren werden sollen, was die Infektionen angeht, daher empfehlen wir auch nicht nur die Patienten regelmäßig sehen, sondern Immunstatus bei Pax, auch die Immunglobulinen Status regelmäßig kontrollieren und wir empfehlen bei solchen Patienten dann auch Prophylaxen durchzuführen. Auch die kardiovaskulären Risiko sind bekannt, wir wissen, dass die zwei Generationen weniger vorweisen im Vergleich zum Ibrutinib, aber nicht desto trotz müssen wir immer aware sein und auf solche Patienten besonders aufpassen. Jetzt komme ich noch mal zum BCL-2 Inhibitoren und möchte Ihnen die CLL-14 Studie vor, zeigen Erstlinientherapie Obinotuzuma plus Venetoklas im Vergleich mit Chlorambozyl, das ist Safety Run-In-Phase, wo die Patienten, die mit SIRS über Sex oder mit Niereninsuffizienz in Phase 3 randomisiert wurden, die Arm-A-Hat Venetoklas plus Obinotuzuma, erhalten für 12 Zyklen versus Chlorambozyl ebenfalls plus Obinotuzuma ebenfalls für 12 Zyklen. Auch hier primäre Endpunkt gleich bei die Investigator um geschätzte PFS und auch hier sehen Sie, dass die Patienten, dass die PFS nachdem die Medikamente gestoppt war, Sie sehen, das ist ein signifikant Vorteil für die Patienten mit Venetoklas plus Obinotuzumab versus Chlorambozyl plus Obinotuzumab. Was die Overall Survival angeht, so hier bei 76,4 Monaten sehen wir auch, dass die Kurve nach hinten auseinander geht, aber nicht doch signifikant wie bei die Progression freies überleben. Wenn man die in sogenannte Subklassifikationen angeht und schaut jetzt bei die TP53-Mutation oder bei die EGVH-Mutation, dann sieht man, dass die Patienten die Mutation vorweisen etwas schlechter als ohne laufen, jedoch trotzdem signifikant besser als die Patienten in Chlorambozyl plus Obinotuzumab alleine um Prüfarm zu Kontrollarm Entschuldigung und wenn man die Mutation Status mit den schweren Leichtgäten anschaut, dann sieht man, dass die schweren Leichtgäten mutierte und nicht mutierte zuerst keinen Unterschied und dann nachgenein die mutierte doch signifikant besser laufen als unmutierte Hochrisikopatienten, aber im Vergleich zu Chlorambozyl plus Obinotuzumab deutlich besser. Was die MRD-Assessment angeht, auch hier extrem wichtig und deswegen ist für uns die die CLL-Patienten behandeln, ist es wichtiger, dass solche Patienten in klinischen Studien behandelt werden, dass die MRD-Messung gewinnt, mehr hat Bedeutung. Wir sehen, dass die Patienten, die negativ sind, die Plateau fast vielleicht irgendwann 100% erreicht, aber sehr, sehr schön zeigt, dass die Patienten, die positiv sind, doch signifikant besser aussteigen, solche Patienten. Auch hier ist extrem wichtig zu sagen, wenn die Patienten Obenotuzumab und Venetoklax bekommen sollen, auch hier sollte man sich auch sehr gut auskennen, wir nehmen solche Patienten stationär auf und schauen, dass sie keine Tumorlösesyndrom entwickeln, weil wir wissen alle, dass die Niereninsuffizienz bis zum letalen Ausgang spielt eine große Rolle und deswegen solche Patienten gehören an die Zentren oder zumindest an ein Zentrum, die das sehr gut managen kann oder eine Überwachung oder Intensivstation im Fall der Fälle hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn solche, wir haben jetzt die Therapiemöglichkeiten mit Protontheresinkinasen in zweier Generation, wir haben jetzt auch die BCL-2 Inhibitoren in Kombination mit CD20 Antikörper, wem geben wir wem, da muss man natürlich diskutieren, überlegen, muss man schauen, was wollen wir erreichen, dazu komme ich nochmal später, ist das jüngere Patient, was will ich da, will ich da MRT-Negativität erreichen oder will ich bei älteren Patienten, der viele Nebendiagnosen hat, erstmal die Lebensqualität sozusagen erhalten, da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich so ein bisschen Stütze zu machen, auch wie lange möchte ich dem Patienten Mitigation geben, will ich ja nur orale Mitigation oder will ich doch Infusionen geben, das gehört alles individuell zu entschieden und dazu komme ich etwas später, weil da gibt es ja auch schon mal die Daten, wo mittlerweile zeigen, dass auch Dreierkombination möglich ist, dass die BCL2-Inhibitoren plus Proton-Theresin-Kinase plus CD20-Antikörper getestet wurden, sogenannte GAIA-Studien, hier sehen Sie, das ist eine große Phase 3 randomisierte Studie, knapp 1000 Patienten wurden in vierarmigen Studien randomisiert, Ibrutini plus Venetoclast plus Obinotuzumab versus Venetoclast plus Obinotuzumab versus Venetoclast plus Rituximab und versus die Chemotherapie FCR oder Erbenda und Sie sehen, alle Armen waren maximal bis zwölf Zyklen sozusagen befristet und nur in der Chemotherapie bis sechs Zyklen und primär Endpunkt dieser Studie war die MRD Negativität Was wir da sehen dass die Daten uns zeigen dass die Dreier Kombination signifikant besser aussteigt im Vergleich zu Zweier Kombination Sie sehen dass Ibrutini plus Venetoclast plus Obinotuzumab mit 92,2% was was die MRD betrifft signifikant besser aussteigt zu Zweier Kombination aber man sieht ja auch dass die Venetoclax plus Rituximab schon signifikant ist was die konventionelle Chemotherapie angeht sodass ich denke dass wir Chemotherapie gar nicht also wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr verwenden wäre nur eventuell nur für die Balken mit Vendamustin Mono oder nur nur ganz ganz seltenen Cases sozusagen und wenn man das nochmal in Kaplan Meier sozusagen umlegt dann sieht man dass die Dreier Kombination mit Janis gar nicht erreicht hat auch die Venetoclast plus Obinotuzumab auch nicht die Venetoclast plus Rituximab liegt bei dem Medianes PFS bei 52,3 Monaten was auch nicht schlecht ist und die Chemotherapie jetzt auch aber mit deutlicher mehr Toxizität also so dass nach wie vor wiederhole ich mich dass die konventionelle Chemotherapie wahrscheinlich in Zukunft komplett obsolet wird und noch möchte ich nochmal eine Studie sogenannte GLOW Studie die auch MRT Outcomes angeschaut hat mit den Patienten komplett orale Therapie wo Ibrutinib plus Venetoclast für 12 Monate nach alleine Ibrutinib 3 Monate Therapie versus Chlorambozil plus Obinotuzumab für 6 Monate angeschaut hat auch hier war der die Progressionsfreies Überleben als primärer Endpunkt angelegt und Sie sehen hier dass das auch hier die Brutinib von Venetoclax was die PFS angeht bei 80,5% bei 30 Monaten versus 35,8% Chlorambozil plus Obinotuzumab liegen und was die MRD hier angeht das war ja auch sehr wichtig in dieser Studie Sie sehen auch dass die in Knochenmark als in Peripheren Blut signifikant Vorteil für die innovative Therapie im Vergleich zum Kontroll Alkohol Ambozil plus Obinotuzumab vorliegt auch hier möchte ich diese Slide nochmal wiederholen also wir müssen unsere Patienten individuell nach wie vor ist es wichtig zu schauen welche Nebendiagnosen bekannt welche Medikamente wie präsentiert sich in welchem Stadion und natürlich die regimespezifischen Faktoren überprüfen und damit bin ich schon am Ende und möchte noch zum Schluss sagen also die prognostischen Marker spielen mittlerweile sehr große Rolle da die Patienten nach wie vor mit Hochrisikoprofil schlechter laufen als nicht Chemo Immuntherapie hat limitierende Faktore denke ich mehr mal in Zukunft wird wahrscheinlich obsolet sein man kann immer noch man kann diskutieren bei Patienten zum debalken wenn eine sehr große Tumormasse da ist und dann mit innovativer Therapie starten die neue gezielte Therapie werden wahrscheinlich die Zukunft komplett übernehmen die multiple therapeutische Optionen die uns zur Verfügung stehen sind individuell zu entscheiden und viele Faktoren spielen da Rolle wie ich schon sagte ob das Nebendiagnosen ob der Patient nur Oraltherapie will oder man will ihn doch mit Infusionen zum CD20 Antikörper behandeln muss man auf jeden Fall auf die Nebenwirkungsprofil von neuen Medikamenten achten die BDK Inhibitore 2 Generation scheint wirklich besser verträglich zu sein was die Blutungen angeht Fokof Flimmern etc nicht desto trotz darf man das nicht auf leichte Schulter nehmen man soll die Patienten interdisziplinär behandeln man soll die auch monitorisieren wenn man mit neuen Substanzen beginnt so mache ich zumindest ich schicke zu Kardiologen wenn es irgendwelche kardiologischen Vorerkrankungen bekannt sind man monitorisiert mit EKG alle drei Monate wenn es notwendig ist und natürlich man darf ja nicht vergessen dass die Zelle per se schon eine sekundäre Immunglobulin Mangel macht und auch die Infekten verursachen hat auch diese Patienten soll man auch bezüglich die Impfungen Infekten Kontrollen Infekten Prophylaxen Immunglobulin Gabe an der Zettro monitorisieren und behandeln Ich möchte noch mal zum Schluss die Erstlinie Therapie der Zell aus der Onkopädie das ist ja up to date im September 2024 also wenn der Patient nach wie vor asymptomatisch ist und keine aktive Erkrankung hat dann bleibt er nach wie vor watch und weht meine älteste Patientin die ich gesehen habe mit CLL war 103 Jahre alt und starb nicht an Zelle sondern komplett was anderes deswegen muss man Patienten auch nicht übertherapieren wenn der Patient symptomatisch wird und eine aktive Erkrankung vorweist und kein Hochrisiko bezüglich der Zytogenetik und keine unmutierte EGHV Mutation hat dann kann man solchen Patienten mit Obinututumab Venetoklax oder Ibrutinib Venetoklax oder Akalobrutinib plus minus Obinututumab oder Zanobrutinib wenn die Patienten unmutiert sind was die Schwerkeiten angeht dann muss man plus minus PTK plus minus CD20 Härtikörper oder BCL zwar Obinututumab gibt es sehr guten Daten und wenn die Patienten jung und fit sind und Hochrisikoprofil vorweisen dann würde ich mit der zweiten Generation BTK Inhibitoren starten Somit bin ich am Ende und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern zur Verfügung für die Fragen Dankeschön Vielen und in der Ära Tats Ära Tats noch mal berechnet und das war schon sehr interessant dass plötzlich das Gesamtüberleben auf diese Therapien hin keinen Unterschied mehr gezeigt hat Also das heißt diese prognostischen Indize sind auch immer sehr stark im Fluss der Zeit und auch im Fluss der zu verfügbaren Therapien So ich möchte jetzt das dann gleich nutzen dass wir voranschreiten und ich darf schon den in den Startlöchern scharenden Wolfgang Willenbacher bitten jetzt über die innovativen Therapien in der relapsierten CLL zu reparieren Ja Philipp danke für die netten Worte ich würde mich bemühen gleich voranzugehen die Veranstaltung wird von der Firma AstraZeneca sponsiert auch ich werde einen Blick in Leitlinien werfen einen kleinen Blick wo kommen diese Empfehlungen überhaupt her vor allem so die letzten Änderungen und ein Schwerpunkt auf was machen wir dann mit den Patienten die also sowohl an BTKI wie ein BCL2 Inhibitor vielleicht auch an Antikörper schon gesehen haben in der Therapieauswahl der erste Punkt ist immer der Patient wie alt ist er denn die meisten CLL Patienten sind natürlich alt im relaps noch älter aber wir kennen natürlich alle auch doch jüngere Patienten was gibt es an Komorbiditäten Blutdruck Blutungsneigung Vorhofflimmern und natürlich auch die persönlichen Präferenzen des Patienten möchte er was auch alles möchte nicht so oft kommen wie sieht es mit Infusionen aus etc. Die andere Frage ist natürlich was ist in der ersten Linie passiert hatte der Patient eine kontinuierliche oder eine zeitlich limitierte Therapie und wenn sie limitiert war wie lange war das freie Intervall wie gut hat die Therapie gewirkt war die Erkrankung ganz weg war was von ihr übrig und natürlich auch wie wurde sie vertragen und die dritte Frage ist natürlich die Erkrankung selbst gibt es eine Therapie Indikation diese Frage gilt im relaps genauso wie in der Erstlinien Situation denn natürlich nur weil der Patient nachdem er vielleicht sogar in MRD negativer CR war wieder 2000 zirkulierende Leukozyten hat klonale braucht er ganz sicher nicht gleich eine weitere Therapie gibt es Anzeichen für klonale Evolution sind zusätzliche Aberrationen oder Mutationen aufgetreten eventuell eine ergänzende P53 inaktivierende Mutation und top auf eine Deletion am anderen Allel und gibt es irgendwelche Anzeichen für eine Richtertransformation also die Entwicklung eines hochmaligten Lymphoms aus dem Boden der CLL auch Oncopedia und der Update ist ja relativ rezent mit September müssen wir sagen die erste Frage ist klar braucht der Patient eine Therapie erfüllt er die klassischen IV CLL Therapie Indikation und natürlich die andere Frage hat er eine Vorterapie mit einem BZL2 Inhibitor sprich Venetoclax oder mit einem BTK Inhibitor und die nächste Frage die sich jetzt auch in diesem Setting wie bei vielen anderen Erkrankungen immer häufiger in den Leitlinien findet ist es ein Früh- oder ein Spätrezidiv oder gar eine refraktäre Erkrankungssituation Die Onkopedia definiert das Frührezidiv als unter zwei bis drei Jahre und manchmal braucht man dafür nicht mal das hier empfohlene PZT weil die sagen bei Frührezidiv immer auch an die Transformation denken in Einzelfällen reicht natürlich auch der Blick ins Mikroskop die Situation unten ist deutlich Plasterer als die oben und erfordert natürlich ganz andere therapeutische Schritte als eine spezifische CLL Therapie länger als zwei Jahre freies Intervall Spätrezidiv habe ich bei zeitlich limitierter Therapie zum Beispiel nach dem CLL14 Protokoll die Option diese zu wiederholen oder das therapeutische Backbone zu wechseln bei kürzeren Remissionszeiten wird der Wechsel sicher eher zu empfehlen sein und hier steht überall noch ein Protinib mit dabei ich denke dass die Antwort im Regelfall aber natürlich ein zweitgenerations BDK inhibitor sein sollte die verträglichkeit spricht deutlich dafür und auch in der Onkopedia sehen wir ja hier im Venetoclax CD20 Antikörperfall plötzlich ein Rituximab weil es im Relapse Setting tatsächlich die Zulassungsstudie nicht gibt aber nachdem wir in der ersten Linie der Meinung sind das Obinutusumab Potenta ist werden wir den Patienten in der zweiten Linie sicher wenn wir ihm eine erneute CD20 Antikörpertherapie oder eine CD20 Antikörpertherapie im Wechsel geben sicher den potenteren CD20 Antikörper nicht vorenthalten wollen abraten oder eindeutig kontra die 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 auch die 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 kreuz ist der nächste ist dann natürlich was passiert in der kontinuierliche Therapie wird sie fortgesetzt wenn sie nicht wirkt steht jetzt hier als nächstes Idealis Reprituximab dieser Empfehlung kann ich mich eigentlich nicht wirklich anschließen natürlich ist das Idealis noch zugelassen wenn wir uns anschauen wie das wirkt müssen wir überlegen wie geht es weiter also kontinuierliche Therapie wirkt ganz links dann machen wir sie weiter kontinuierliche Therapie im Patienten nach wenn OB und BTKI wird hier in erster Linie Idealis Reprituximab empfohlen natürlich aufgrund der fehlenden Relapse Daten für andere Dinge aber es ist ganz klar das ist eine doch sehr immuntoxische Therapie wenn auch wirksam die ich zurückstellen würde auf den Punkt wo mir nichts anderes mehr einfällt und der Patient für keine Studie qualifiziert auf dem anderen Arm also Patient kommt von BTK wechselt auf CD20 B2 Inhibition ist hier nach zwei Jahren die erneute Option im Falle Nicht-Wieksamkeit steht hier das Idealisip ich würde es genauso wenig geben vorzugsweise natürlich ich werde nachher noch kurz auf die Substanz eingehen den nicht-Kovalenten Pertobruteni B2 Inhibitor die ALO steht dann immer in der Leitlinie ist aber doch nur von anekdotischem Charakter ich kann mich erinnern wann wir die letzte CLL transplantiert haben der Mottenkiste gibt es natürlich auch noch Patienten die vielleicht schon sehr lange wurden die tatsächlich eine Chemuntherapie in der ersten Linie erhalten haben im Falle eines ersten Rezidivs gelten Patienten die tatsächlich noch in der ersten Linie chemoimmuntherapiert worden sind natürlich jetzt in der zweiten Linie die Auswahlkriterien der ersten Linie gelten sollen wie von meiner Frau dargestellt also wir kommen hier einfach zurück die internationalen Empfehlungen sind eigentlich im Wesentlichen die gleichen grafisch ein einfacher aufberatet das einzige Aspekt der hier hinzukommt das ist diese Unterscheidung das ist auch vernünftig es ist natürlich ein Unterschied ob jemand unter einer Btk Inhibitor Therapie progredient ist oder ob er ihn nicht verträgt im Falle der Intoleranz kann ein Substanzwechsel in der Klasse natürlich durchgeführt werden und hier hat man das Frührezeptiv etwas schärfer mit einem Jahr beziffert am Ende kann man sicher das ein oder andere vertreten die hängt sich auch von der Tiefe der Emission die erreicht wurde an wie ist es mit Intoleranzen gibt es da nicht Klasseneffekte eigentlich überraschend wenig wie in dieser Serie gezeigt wird also nicht bei Wechsel auf Zweitgenerations Inhibitor von Ibrutinib 72% der Nebenwirkungen sind nicht wiedergekommen oder 13 weitere Prozent in geringerem Grade also das lohnt unter Umständen den Versuch wo kommen die anderen Empfehlungen her Elevate RR die First Land Studie haben wir gesehen also direkter Vergleich der BTK Inhibitoren nicht wie die anderen Studien die wir vorhin gesehen haben noch gegen Chloambozil oder ähnliche Dinge und wir sehen die Nicht Unterlegenheit bezüglich des PFS und wir sehen die Überlegenheit bei Nebenwirkungen insbesondere bei der Induktion von Vorhofflimmern oder einer Hypertonie hier ist das Acala eindeutig verträglich das ist natürlich ein wichtiger Punkt vor allem da wir viele Patienten haben die vielleicht sogar schon Antikorbulat sind etc Elpine Studie der gleiche Ansatz für Zanubrutinib hier ergibt sich sogar eine Überlegenheit im PFS möglicherweise aufgrund der verhältnismäßig langen Behandlungsdauer die die Patienten hatten und auch bezüglich der kardialen Lebenwirkung eine Überlegenheit nicht 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 Blut hochdruck also hochdruck patienten sicher eher Acala kandidaten und vor allem natürlich gehört der hochdruck eingestellt was er natürlich sowieso gehört unabhängig vom auftreten jeder CLL real world Daten geben eigentlich die gleichen Nebenwirkungen und Verträglichkeiten und Abbruch kriterien her natürlich werden intolerante und rezidivierte Patienten etwas schlechter sein trotzdem sind diese 30 Monats Daten wäre es immer noch auf Therapie doch recht überzeugend auch im Relapse gut machbar die Nebenwirkungen sind die bekannten Acala Analyse Kopfschmerz spielt immer eine Rolle vorhin stand schon auf einem Zeit Koffein hilft also die Patienten reichlich Kaffee trinken lassen wenn einer keinen Kaffee trinkt eventuell auch Tee und Supplemente in Erwägung ziehen alle Studien aus der Covid-Zeit alle BDK Inhibitoren aber das gilt natürlich für andere Zelltherapien auch Zelle 20 Antikörper sind ein Problem in Zeiten von gehäuften viralen Infekten umso wichtiger die Vakzination vor Therapiestart und natürlich gegebenenfalls auch die Einleitung einer spezifischen Therapie am Ende sind die kardialen Ereignisse oder andere schwere Nebenwirkungen die hier aufgelistet sind dann aber doch erfreulich selten Die Firma Astra hat sich auch die Mühe gehabt ihre ganzen Studien über die verschiedenen Linien noch mal kumulativ auszuwerten auch hier natürlich Patienten in der ersten Linie bleiben länger auf Therapie als rezidivierte Patienten oder mit hier ein oder zwei Vortherapien hier noch mal aufgelistet die Gründe für Behandlungsabbrüche Behandlungszeit bei behandlungsnaiven Patienten mit 72 Monaten mit Jahren natürlich deutlich höher Therapieabbrüche dann vor allem wegen Progression natürlich bei Patienten in der dritten Linie häufiger auf den ersten Blick erschreckend mehr Todesfälle in der treatment naiven Gruppe wir müssen aber sehen erstens sie waren doppelt so lange auf Therapie konnten also auch doppelt über den Zeitraum versterben und diese Patienten waren im Schnitt deutlich älter nämlich 84% über 65 Jahre bei den anderen Gruppen waren das nur 50 und 60 Prozent damit ist dieser Unterschied glaube ich entschärft wir werden aber auch zukünftig eine andere Patienten Gruppe im Relaps sehen mit zeitlich limitierter Therapie nach Ibrutinib Venetoklax inzwischen ja auch auf Basis von Flair und Captivate zugelassen und da gibt es erste Analysen was passiert denn mit diesen Patienten wenn sie rückfällig und es gibt die ersten Analysen der Patienten die rückfällig worden in der ersten Rückfall Gruppe sind natürlich die mit den schlechten prognostischen Faktoren gehäuft die mit den guten sind nämlich immer noch im therapiefreien Intervall nach dieser über etwas ein Jahr limitierten Therapie wir sehen das auch hier mehr als zwei Jahre frei komplexen Karyotypen sind das eher nicht interessante Beobachtungen mit diesem zeitlich limitierten Konzept keine Resistenz Mutation nachweisbar im Relapse möglicherweise ist das ein absoluter Pluspunkt für so ein Vorgehen ob der BDK Inhibitor unbedingt die Brutinib heißen muss ist natürlich eine andere Frage in anderen Kohorten sind solche Resistenz Mutation auf BDK oder BZL2 Ebene deutlich häufiger beschrieben und wenn man mutig ist macht man es wie die Autoren dieser Präsentation die Balkengrafiken aus sechs Patienten malen was eigentlich ja eher nicht tun sollte aber wir sehen zumindest als Proof of Principle Retreatment ist möglich warum wir bei 20 Patienten dann mit Monotherapie Retreat innerhalb zwei Jahre nach einer Kombination pro Gradient ist das hat wahrscheinlich was mit Verfügbarkeit von Optionen zu tun und Sinn macht es eher keinen aber okay Retreatment ist möglich viel mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen und natürlich die Risikofaktoren gehen über alle Linien die Konsequenz ist ganz klar ein möglicher Vorteil dieser neuen Option könnte in limitierter Mutationsrate liegen und Retreatment ist möglich Patienten die BTK und BCL2 Refraktär sind haben durchaus eine schlechte Prognose was kann man tun man kann drei Kombination ins Auge fassen und natürlich alternative Inhibitoren vor allem nicht kovalente die ausgegrauten Dinge werde ich nicht beleuchten Ich habe vorhin schon gesagt Wechsel in der kovalenten Gruppe eher sinnlos wegen der Resistenz Stationen aber wir haben auch Non-Kovalente und hier ist vor allem das Pirtobrutinib inzwischen verfügbar aufgrund der Daten der BRUN-Studie wo eben diese rezidivierten Patienten behandelt wurden und wir sehen hier dass eben der größte Teil dieser Patienten gut angesprochen hat Rot die BDK Intoleranten Blau die Refraktären so ist okay Richtung ganz tiefer Remission wird es etwas röter verständlicherweise aber ganz eindeutiges Pattern gibt es nicht und über 80% der Patienten sprechen an in diesem Setting leider nicht für immer aber das sind weit fortgeschrittene Patienten die Substanz ist gut verträglich Dreier Kombination vorhin schon kurz angesprochen natürlich auch im Relapse eine Option hier Daten die Barbara Eichhorst in der EA Zusammenfassung noch mal erwähnt hat kleine Kororte trotzdem hier eben Fixed Duration OB IBA wenn funktioniert in jedem Setting und auch hier noch mal eine Aufarbeitung aller deutschen CLL Studiengruppen Studien und auch hier steigen rote Linie Patienten mit Dreier Kombination auch wenn die natürlich ein gewisser Fitness mit bringen müssen am besten aus im Kreuzvergleich und auch im Forest Plot mehr darüber wird man wissen wenn wir die Daten der CLL16 Studie zu der Janja Massiv beigetragen hat sehen werden die Studie ist ausrekrutiert indem hier eben Frontline CLL14 gegen Dreier Kombination gelaufen ist im hohen Risiko aber wir erwarten die Ereignisse und die Auswertung und natürlich auch auf dem BCL Sektor gibt es neue Substanzen das Sonrotoclax ist in Entwicklung und auch in klinischer Prüfung und auch in klinischer Prüfung bei uns All Karma Studie Firstline Setting wer Interesse hat der Jan ist für jeden Patienten dankbar und damit schließe ich hier dann auch schon ab Vielen Dank auch für das schnelle Final deshalb darf ich die letzten neun Minuten die wir noch haben also etwas verkürzt für den Jan die Zukunft muss sich zusammenfassen lassen da kann man weniger auf Studien verweisen aber vielleicht Jan kannst du uns deine Ausblicke für die nächsten sechs Jahre mal kundgeben Perfekt dann darf ich mich auch bei der Firma AstraZeneca für die Einladung bedanken als ich mein Thema zuerst gelesen habe Therapie der CLL 2030 bin ich erst erschrocken dass 2030 ja nur fünf Jahre entfernt ist auf der anderen Seite aber auch erleichtert beispielsweise ist Venetoclax Obinututumab erst vor gut vier Jahren zugelassen worden und nach wie vor in sicherlich einer großen Anzahl von CLL Patienten unsere Therapie der Wahl soll heißen wahrscheinlich ist es möglich aus der heutigen Studienlandschaft ja schon so manche Therapieneuerungen im Jahr 2030 ablesen zu können den heutigen Vortrag ich möchte mit der ersten Linie beginnen möchte ich auch ein bisschen provokant beginnen mit schon ja seit über zehn Jahren bekannten Slides und zwar mit der Frage ob es überhaupt in der großen Gesamtkohorte der CLL Patienten eine bedeutende Therapie Verbesserung braucht oder ob wir vielleicht schon einen sehr guten Teil der Patienten ausreichend und also wirklich sehr gut behandeln können Sie alle kennen ja diese Auswertung aus IGRV mutierten CLL Patienten vom MD Anderson die eben zeigt dass zumindest nach zehn Jahren Beobachtungszeit der sich ein erstes Plateau im Sinne einer funktionellen Heilung abzuzeichnen scheint rechts können Sie eingeblendet sehen dass diese Patienten die jetzt funktionell geheilt werden können wohl alles MAD negative Patienten sein werden wenn man das jetzt in die heutige Therapielandschaft überträgt habe ich in rechts eingeblendet die CLL13 Studie und rot markiert die eben benannte Kombination aus Venetoclax Obenutuzumab so kann man zumindest schon nach 60 Monaten Follow-up sehen dass diese Kombination deutlich höhere Raten an MAD Negativität erreicht die FCR und damit ist sicherlich anzunehmen dass ein Großteil der IGRV mutierten Patienten die diese Kombination erhalten mit einem hervorragenden Progression Free Survival und auch Gesamt Überleben rechnen können anders ausschauen tut es freilich mit den IGRV unmutierten CLL Patienten ich würde auch sagen dass es heute sicherlich ja auch weiterhin ein gewisser medizinischer Bedarf besteht auch mit den neuen Therapiekombinationen was die zeitlich begrenzte Therapie anbelangt diese Patienten ausreichend zu versorgen so sehen wir hier rechts wieder eingeblendet dass Obinututumab Venetoclax eindeutig unterlegen ist zwar besser als wie FCR noch vom MD Anderson vor über zehn Jahren aber doch zu einem deutlich schlechteren Progression Free Survival führt auf der anderen Seite zeigt uns die gleiche Studie CD13 aber auch schon einen sehr optimistisch erscheinenden Effekt mit der Triplette wo man quasi eben Venetoclax Ibrutnib und Obinututumab kombiniert hier können wir ein Progression Free Survival nach 60 Monaten müssen wir jetzt ein bisschen deuten ich glaube aber über 75% festhalten damit sind wir schon deutlich besser als wie mit der Chemotherapie die FCR noch vor zehn Jahren warum hat sich diese Triplette nach wie vor nicht in der klinischen Routine durchgesetzt hier habe ich Ihnen vom letzten Ash ein Slide zu den Nebenwirkungen eingeblendet zum einen sind die Infektionsraten deutlich ausgeschlagen zum anderen aber auch wie wir es vielleicht mit Ibrutnib erwarten konnten auch die Rate an kardialen Nebenwirkungen beziehungsweise artielle Hypertonie dies hat sich letztlich auch dann in den Therapieabbrücken mit der Triplette niedergeschlagen daher möchte ich Ihnen das nur exemplarisch weil es naheliegend ist eine Phase 2 Studie vorstellen die eben nicht Ibrutnib verwendet hat sondern ein deutlich besseres eben BTKI Medikament das Zanobrutinib hat auch eine zeitlich limitierte Therapie von maximal 24 Zyklen untersucht und wie Sie hier sehen es sind zwar nicht 100% der Patienten IGV unmutiert gewesen dafür aber knapp 20 Patienten zudem TB53 aber Rang gewesen von daher würde ich mal sagen diese Patienten Kohorte ist zumindest den unmutierten Patienten aus der CLL13 Studie nicht allzu unterschiedlich auch diese Triplette war höchst effektiv alle Patienten konnten ihren Endpunkt erreichen und wenn wir uns jetzt das Progression Free Survival anschauen nach 36 Monaten also Achtung hier gibt es freilich nicht eine ganz lange Nachbeobachtungszeit liegen wir mit über 80% Cross-Trial Comparison mit der CD13 Studie bei den unmutierten Patienten in etwa von der Effektivität her auf dem gleichen Niveau Die Nebenwirkungen wie es im Protektiv Sinn vielleicht zu erahnen war hier muss man nach den höher graduierten Nebenwirkungen wirklich suchen vor allem höher graduierte kardiale Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet und daher darf ich auch aufmerksam machen auf eine wie ich finde sehr interessante Studie die im diesjährigen Ash erstmals präsentiert werden soll die sogenannte Amplify Studie ist die erste prospektive randomisierte Phase 3 Studie die eine Triplette gegen eine Duplette randomisiert untersuchen werden wird die andere chemofreie Therapieoption zeitlich begrenzt bei der CLL auch schon zugelassen ist natürlich das Ibrutinib und das Venetoclax auch mit dieser Kombination zeigt sich in dem Augen wirklich durchgeführten Phase 3 bzw. Phase 2 Studien links eingeblendet die CLO-Studie im älteren Patienten Kollektiv rechts die Captivate im Jüngeren ein unterlegenes Ergebnis für IGRV unmutierte CLL-Patientinnen Anders als mit Obenotuzma Venetoclax scheint hier aber die Therapie Dauer eine Rolle zu spielen nicht selten sind die Ergebnisse vom MDN doch ein bisschen besser als wie im restlichen Teil der Welt hier die Phase 2 Daten allerdings mit einer zweijährigen Therapiephase Ibrutinib Venetoclax bei den IGV-Unmutierten sogar besser als bei den IGV-mutierten Patienten was zumindest erwarten lassen könnte dass man mit dieser Dublette einfach länger behandeln muss als 12 Monate beziehungsweise 15 Zyklen im Grunde dieser Hypothese hat sich auch eine altbekannte Studie allseits bekannt angenommen die sogenannte FLARE Studie die erstmals prospektiv randomisiert ein MRD getriggertes Therapieende untersucht hat Ibrutinib Venetoclax wir haben hier im Grunde randomisiert gegen FCR in allen Endpunkten eine deutliche Überlegenheit gesehen und diese Überlegenheit hat sich wirklich sehr schön vor allem auch bei dieser Problembehafteten Gruppe bei den IGV unmutierten Patienten links bewahrheitet ein kleines Paradoxon diese Kombination hat bei den IGV unmutierten Patienten schneller zu einer MRD Negativität geführt und dementsprechend konnte auch bei diesen Patienten früher die Therapie erfolgreich beendet werden als bei den IGV mutierten Patienten rechts eingeblendet wobei auch nach fünf Jahren Therapie nicht 100% der Patienten Therapie frei waren soll heißen nicht wenige Patienten wurden auch über durchgehend sechs Jahre Therapie behandelt eine Frage die sich von meiner Seite stellt ist ja auch das wieder auftreten der MRD nach einer zeitlich begänzten Iputinib Netto Therapie ich habe hier schon die Daten aus der GLOW Studie eingeblendet wo wir zwar sehen auf der rechten Seite das bei den IGV unmutierten Patienten ähnlich wie eine höhere Rate an MRD negativen Erkrankungen erreicht werden konnte nach Therapie Ende allerdings sehen wir über den weiteren zeitlichen Verlauf über die Beobachtungszeit auch ein rascheres Abnehmen das heißt eine Wiederkehr der MRD im Vergleich zu links eingeblendeten IGV mutierten Patienten von von daher stellt sich meines Achtens noch die Frage bei der FLARE Studie die sicherlich ein längeres Follow-up brauchen wird ob die MRD die bei den IGV unmutierten Patienten erreicht werden konnte im bisherigen Follow-up tatsächlich auch länger Bestand haben wird denn sollte es nicht so sein hat die Studie auch schon eine Wiederaufnahme also mit Netoklaxon Ibrutinib in ihr Studienkonzept eingebaut sollte denn die MRD Wiederkehr innerhalb der ersten sechs Jahre nach Therapiestart auftreten Lieber Jan wir sind jetzt eigentlich schon über der Zeit von 19 ich weiß du hast noch ganz wenig kannst du vielleicht versuchen in den nächsten zwei Minuten zu einer Konklusion zu kommen das ist ein bisschen unfair aber ich glaube wir verlieren sonst auch unsere Zuschauer weil das wirklich aufhört das mache ich sehr gerne Philipp im Grunde also auf der einen Seite die HIV unmutierten Patientinnen hier handelt es sich aus meiner Sicht um eine große Kohorte im Grunde sind es fast 50% aller ZL-Patientinnen die wir im Krankenhaus sehen hier bedarf es einer Therapieoptimierung auf der einen Seite sind meine Favoriten die Tripletten Therapien mit besser verträglichen BDK Inhibitoren als wie dem Ibrutinib und oder einer MAD-getriggerten Dauer Zeitlich Begänzten Therapie aus einem neuen BDK Inhibitor und aus einem BC2 Inhibitor auf der anderen Seite die TB53 aberranten Patienten freilich auch mit den bisher verfügbaren zugelassenen Zeitlich Begänzten Therapien eindeutig ungenügend behandelt auch hier hat sich die Triplette in den Phase 2 Studien als sehr erfolgreich gezeigt hier Beispiel die CLL2 GIF Studie mit einem 3-Jahres PFS von 80% Das sind wie ein deutscher Kollege wahrscheinlich sagen würde sehr knackige Daten Dementsprechend über diese Triplette auch in einer prospektiv randomisierten Studie aktuell untersuchter CLL16 Studie Hier muss sich Wolfgang seinen Optimismus leider ein bisschen begrenzen Die Studie hat nach wie vor nicht ausrekrutiert und auch wir hier am Zentrum konnten uns nicht übermäßig bisher in der nicht vorhanden sein von geeigneten Patienten beteiligen Aber für 2026 sollte man glaube ich erst Ergebnisse sehen dürfen Ganz ohne einer weiterschauenden Perspektive wollte ich jetzt diese Veranstaltung auch nicht beenden Es wird aktuell von der Deutschen Studiengruppe ein neues Therapiekonzept postuliert Hintergrund ist der dass wir augenblicklich in den letzten Jahren was alle anderen B-Zell Non-Hauschpinel-Lymphome anbelangt ja sehr potente B-Zell depletierende Therapien am Horizont gesehen haben Stichwort bispezifische Antikörper Stichwort KT-Zell-Therapie aber auch Checkpoint-Inhibitoren und all diese Therapien wirken bei der CLL leider nur unzureichend Ursächlich wird hier gesehen im Grunde der einschläfernde Effekt der CLL sind eben Lymphknoten auf ihre gesamte Nachbarschaft ich habe sie hier grafisch links in den Bisi-Slide kurz eingeblendet der eben verhindert dass diese sehr anderweitig sehr effektiven Therapien bei der CLL aktuell nur unzureichend greifen das heißt die Studiengruppe postuliert dass man die bisher eingesetzten CLL Therapien Beispiel BDK Inhibitoren aber BCL2 Inhibitoren oder auch Antiknasen Inhibitoren nicht erschrecken beispielsweise JAK Inhibitoren Lün Inhibitoren Darsatinib als Stichwort hier genannt vorab einsetzen sollten um im Grunde diesen einschläfernden Effekt der CLL aus dem Lymphknoten zu unterbrechen und anschließend wenn eine bessere Immunantwort gegen die CLL Zellen innerhalb der Lymphknoten möglich ist mit den neuen extrem potenten WZL depletierenden Therapien angeführt ich habe schon gesagt wie spezifische Antikörper KT-Zellen aber auch Checkpoint Inhibitoren eine sehr tiefe und hoffentlich auch lang anhaltende MRD monitorisierte ihre Mission anzustreben ich hoffe ich bin es den zeitlichen Wünschen entgegen gekommen und darf mich für ihre Aufmerksamkeit bedanken Lieber Jan vielen Dank danke auch und es tut mir auch leid dass dir am wenigsten Zeit geblieben ist und das war aber ein sehr knackiger und auch zukunftsgerichteter Vortrag und auch schön dass du diesen Ausflug zum Tumor Micro Environment gemacht hast ein wirklich neues Konzept bin gespannt was da die Zukunft wirklich bringen wird was sich da bestätigen lässt an Hypothesen ich möchte mich bei allen Sprechern herzlich bedanken es waren sehr wichtige Punkte die gemacht worden sind vor allem auch in der Erstlinientherapie wenn wir da auch ein bisschen über die Zeit gegangen sind bitte ich das den Zuschauern bitte ich die Zuschauer in der Disbezüge um Entschuldigung aber ich glaube es war es durchaus wert ich möchte mich auch bedanken bei der bei unseren Sponsoren bei AstraZeneca die diese Veranstaltung auch ermöglicht hat und natürlich auch bei Eugen Preuß und bei der Veranstaltung dem Veranstalter Glovimet über die technische für die technische Abwicklung und auch die das den ganzen Rahmen zu gestalten und auch die Einladungen zu verschicken Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja bleiben Sie dabei bis zum nächsten Webinar alles Liebe mir aus Wien und der Rest wohl aus Innsbruck danke Tschüss für die Eugen für die